So, dann machen wir auch gleich wieder weiter. Ich habe kurz Pause gemacht und war, ja, war ein paar Erledigungen erledigen. Hätte ich hier geworfen. Egal. Dann, da-da-da, dann ernten wir das gleich mal ab und machen das da wieder hin. Dann setzen wir hier mal noch ein paar Fackeln. Dann würden wir uns auch noch kurzzeitig nachts hier draußen bewegen können, da ja dann hier nix spawnt. Und, jo. So, hier haben wir schon mal richtig viele Setzlinge wieder gekriegt. So. Dann werden wir jetzt erstmal was gucken. Jo, wir haben noch zwei davon. Dann können wir uns nämlich eventuell dann auch mal ein Bücherregal bauen, um dann unser, ja, Haus ein bisschen schicker zu machen, ne? Bietet sich ja an. Und dann werden wir hier nochmal, äh, erdern. Wir machen jetzt so ein bisschen Landschaftsarbeiten. Da wir ja keinen Gärtner haben, so wichtig, machen wir das einfach mal. Um unsere Inseln so ein bisschen schicker zu machen. So. Dann mal hier so gucken. Ja. Ja. Scharpy. Nein, ich mach Grund nicht nach. Nein, das auch nicht. Komm, jetzt kriegst du mal eine gewünscht. Ja, genau. Ich mach's jetzt immer von vorne. Warum scharf? Mann macht dich dann weg. Schwein. Ey, Schwein, ich hab Hunger. Oh, hat sogar was getroppt. Ich wundere mich grad... Ach so. Ich hab ja auf meiner Letzt-Show-Welt auf Easy, äh, auf Peaceful gespielt. Och. Das ging aber eben grade schnell. So, dann werden wir uns eventuell morgen früh mal so einen kleinen Creeper rausfischen. Und den dann mal einmal, ja, flach machen. Aber erst mal... Gute Nacht. Ähm, ja, neuer Morgen, genau der gleiche Ton. Och, Mann. Und da brennen sie fleißig. Wir nennen sie um die Wette. Gucken, kein Creeper in der Nähe. Nein. So, und sie brennen, und sie brennen, und sie brennen. Der erste ist genug. So. Dann sind jetzt alle schon mal tot. Gut. Wir können uns da langsam rüber machen, sodass uns nur ein Creeper sieht, wenn möglich. Aber erst mal sammeln wir das Getropte ein. Schuss. 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 Ey, rüber. Nein, jetzt haben wir zwei gesehen. Das war jetzt gar nicht gut. Ich geh weg. Ich geh weg. Ja, das war einmal, ähm, ja, äh, weniger erfolgreich, ähm. Aber da fahren wir jetzt Sand. Ja, da fahren wir jetzt Sand. So. Da fahren wir jetzt Sand. Und was haben wir hier schönes? Ja, äh, ja, auch Sand und so Sandstein und so. Hat sich ja auch, äh, äh, irgendwo belohnt. Und ihr wisst jetzt, was passiert, wenn ein Creeper, ähm, ja, euch zu nahe kommt. Oder ihr einem Creeper. Ach, diese scheiß Höhle hier unten, die geht mir so auf den Geist. Die werden wir demnächst wohl auch mal ausworten. Ah, oder wie auch immer man das soll. So. Haben wir acht Zuckerrohr. Das ersetzen wir mal mit dem Setzling. Äh, Quatsch, äh, pah. Ah, nicht rum. So, dann. Gehen wir mal im Wald gucken. Eventuell finden wir ja ein... Eventuell finden wir ja einen Wolf. Wenn wir Glück haben. Denn mir seucht und fleucht, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass Wölfe in natürlichen Wäldern spawnen. Falls das falsch ist oder falls da irgendwas nicht so ganz so doll dran stimmt, bitte berichtigt mich. Und, ähm, das würde mich halt sehr freuen. Ach, wisst ihr was? Wir machen heute mal Blumensammeltag. Das ist ja das Tolle, dass es in Minecraft Tag und Nacht gibt. Kann man immer so schön einteilen. Und dann sag ich jetzt einfach mal dieser Tag mit einem Tag... ...oder Blumen, Blumentag oder wie auch immer man das nennt. So. Noch ne Blume. Meine Blume. Da geht's unten rein. Da ist ein Cave. Brauch ich da gar nicht so viel stecken Blume. So, so. So. So, jetzt verschandeln wir zwar hier ein bisschen die Gegend. Aber ich werde jetzt mal was testen. Das müsste ja rein theoretisch. Yeah, ich bin so gut. Naja, vielleicht wäre da ja was drunter gewesen, aber trotzdem, ich bin erstmal gut. Wie Marita sehr weg. Ohne, was ist da runter? Äh, gar nicht. Gut, gut, gut. Ich war schon mal... Ey, da ist Eisen. Sehr cool. Ich hab Eisen gef... Wow. Ich hab Eisen gefunden. Ah, 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 yeah. Oh, und wie viel gleich? Ich hab keine Ahnung mehr. Ja. So, jetzt haben wir Eisen. Soviel zum Thema dazu. Ach, Mann. So, dann gucken wir da nochmal. Was wir da denn noch schönes... Haben. Was da zu suchen. Was da zu suchen. Ohne, hier sind so viele Höhlen. Ohne, hier sind so viele Höhlen. Na, kommt später. Machen wir uns ja auch mal ne Mark... Ohne, ne. Das klingt nach einem Dungeon, also machen wir uns hier mal ne Markierung. Ja, hier schaff ich das wahrscheinlich gar nicht lebend runter. Egal. Am liebsten würde ich mich jetzt hier runtergraben, aber ich hab... Ich hab nicht das richtige Schwert dazu. Ah ja, unseren Kackstift sieht man natürlich überhaupt nicht. Egal. Ja. Ich mach mich jetzt erst mal vom Aker. Also, ich geh jetzt erst mal nach Hause. Und da währenddessen mach ich ne kleine Pause. Also, wir sehen uns. So, und wir sind jetzt am Haus angekommen. Langer Weg von da nach hier. Ich hab natürlich nicht nur auf Pause gemacht, weil ich den Weg überspringen wollte, sondern ich hab auf Pause gemacht, weil ich, ja, auf Skype nochmal schnell was machen musste, damit mich hier keiner so richtig doll nervt. So, diesen Kasselstuhl legen jetzt mal da hin und nehmen uns mal die Bühne runter. Und dann machen wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen schick hier auf die Insel, ne? Ich hab so eine gute Idee, und zwar machen wir uns... Ja. So, genau, was machen wir? Wir machen uns nämlich so einen kleinen Vorgarten, so. Setz 3, ja. So, das war 4 noch da. 4, 4, 4, und so. Das lassen wir mal frei. Obwohl, wir könnten da, ah ne, wir können ja hier nicht überspringen. Hab ich alles richtig gemacht. Und wir machen einen Cut. Das ist die, die Hauptein, die wir nicht durch die Häuser sind, die wir nicht Vielen Dank.